Hallo und herzlich willkommen zurück bei Paws. Der Droide erschlagen, enthauptet, die Gebüsche verprügelt, erdrückt, die Baumfrauen zerfallen. Der Kampf ist vorbei. Also, Leute, das lief ja gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir nur ein Problem. Das ist ja wirklich ein Katastroph. Ich bin nicht, also, ich bin schockiert. Also, ich finde, wir haben volles gute Teamwork gemacht. Definitiv, aber gewollt habe ich das auch nicht und ich laufe hin und will meinen Boomerang schnell holen. Der soll nicht so sehr an den Modder da rumstecken. Okay, sammel deinen Boomerang ein. Du wischst ihn an deinem Fell ab, willst du ihn ablecken? Nein, auf keinen Fall. Okay, du wischst ihn einfach irgendwo dran ab, vielleicht an Spaghetti-Fell. Am Gebüsch. Am Gebüsch, am Gebüsch, am Gebüsch. Ist da denn noch der Stab von dem? Kann ich den irgendwie... Also, vom Droiden. Der hatte doch einen... Der hatte einen Stab. Ja, ist der auch noch intakt? Da liegt immer noch ein Stab. Okay. Ja, das ist doch schon mal was. Den können wir zumindest mal... Können wir gucken, ob der irgendwelche Beweisstücke war. Können wir uns ja ansehen. Okay, dann schaut euch den Stab an. Macht einen Investigation-Check. Ich würde gerne die Taschen von den Droiden durchsuchen. So, falls du welche hast. Du kannst... Mach einen Investigation-Check, dann sehen wir, ob der Taschen hat. Du siehst nicht, ob der Taschen hat. Aha. Oh, gut schon. Und, da was drauf? 13 habe ich. Okay. 17. 17. 13. 10. 10. Okay, ihr schaut euch diesen Stab alle genau. Und ihr seht alle davor. Denken. 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 Also, bei... Spaghetti sieht es aus. Denken. Denken. Weil das Füllchen so kurz ist. Ähm, sieht für euch wie ein gewöhnlicher Stab aus. Und, äh, Sascha geht hin, nimmt den ins Maul, so schön mittig. Schmeckt auch wie ein normaler Stab. Wiii! Gib den mal wieder her. Nein! Das ist voll cool. Sieg de play. Willst du das auch schnappen? Was? Ich will danach schnappen. Okay, dann mach... Guck mal, ob... Sie hat es angeleckt, also eigentlich... Wuii! Willst du auch danach schnappen? Nee, sie hat es schon angeleckt. Kann man nichts mehr machen. Äh, 16. 16, okay. Du springst hoch und beißt in das eine Ende von dem Stab. Und Sascha geht. Und du hängst jetzt... Baumelst so an diesem Stab hin und her. Schmeckt auch für dich nach normalem Stab. Ich habe einen Stab. Pausch, Pausch. Okay, du sollst... Was hattest du? Ich habe eine 13. Eine 13. Okay, du fängst an, ähm... Sie sind, wo du ihn natürlich suchen, so... Das erste war keine Tasche und das zweite... Es sind... Sie hat eine kleine Pausch dran. Da sind, ähm... Ein paar Kräuter drinne. Sehr viel mehr findest du an seiner Person leider nicht. Okay, hätte ja sein können. Und halt diesen... Wassersack, der zu Boden gefallen ist, wo er das Wasser aus dem... Aus der Quelle reingefüllt hat. Ich würde sowohl die Pouch als auch, glaube ich, den Wasserbeutel mal lieber mitnehmen, bevor den jemanden... Zumindest den Wasserbeutel soll niemand missbrauchen, weil... Okay. Nachher stellen die damit, ihr weiß nicht, was nicht an. Okay. Wir sollten mal noch das Wasser angucken. Ja, das Wasser angucken. Das Wasser wurde schon angeguckt. Naja, das ist ja der... Das Wasser, das war in der Mitte? Ja. Ja, das hat Prim schon ausprobiert. Naja, nur weil ich so gelandet bin, heißt das noch lange nicht, dass... Du hast es ausprobiert. Aha. Und ihr seht, wie ihr ganzes Fell aus... Nein. Aha. Ha. Ich habe übrigens den Stab wieder losgelassen und schaue jetzt immer zu Sascha hoch. Ich glaube... Was willst du jetzt damit machen? Ach cool, ich habe einen Stock. Wir können dich so aber nicht verstehen. Das ist besser. Nimm mich gut zumindest. Das ist aber... Ich tue meine Tatzen drauf. Merci. So Stöcke sind doch mega cool. Habt ihr sonst keine Stöcke bei euch im Maul? Doch, doch. Nicht so lange, lange Stöcke, aber... Ja, schon auch Waffen. Also ich habe gerne mein Schwert im Maul. Nix geht so gegen einen richtigen, schönen Ast. Nix. Geht vielleicht nicht ganz so lange. Also ich bin mehr so Fan von Bellyrups. Ja, die sind schön. Okay. Sollen wir mal... Ich weiß nicht, fangen wir jetzt weiter? Die Wasserquelle investigaten? Ja. Guckt jetzt irgendwer? Das sollten wir uns echt mal noch angucken. Wer auch immer die investigatet. Dann probieren wir jetzt mal das Wasser. Vielleicht nicht trinken. Sagst du das irgendwas? Das ist echt schlimm. Das sieht aus wie eine Sechs. Okay. Okay, schaust du dir das Wasser an? Was machst du? Nimm mal meinen Stock. Ja, du wolltest doch das Wasser untersuchen. Ja, aber ich habe nur eine Sieben. Ja. Ich starre halt drauf. Okay, du starre auf. Du stehst oben, hast deinen Stock zwischen dem Maul. Ein bisschen Sabbertrop drunter und du schaust in das Wasser. Ich spiele gar nicht. Ich habe einen Stock. Ich habe 14. 14. Okay, was schaust du das Wasser auch nur an? Ich will es probieren. Du willst es probieren? Okay. Schmeckt nach Wasser mit dem Geschmack von Zwergspitz. Du hast so ein bisschen so Haare auf der Zunge. Frim. Ja, du warst im Wasser drin. Gut, dass du das nochmal festgestellt hast. Ich wollte das nun nochmal confirm. Äh, confirmé. Ja. Nippa? War da nicht noch ein Eingang, Durchgang, wo der Druide... War. War. Das ist der richtige Terminus. Kann ich die Stelle... Weiß ich noch, wo das war? Ja, das war direkt dahinter. Da sind halt die Ranken so übereinander. alle geschlossen und haben diesen Eingang wieder verdeckt. Könnt ihr euch daran erinnern? Entschuldigung, ich mach es mal. Ich schaue es mir an. Mit einem 4 plus 1 ist 5. Lasst mich durch. Ich mache das. 5. 5. Investigierst du. Okay. Die Holzwand, diese Ranken, das sind... Das sind wirklich Wurzeln, die sich davor geschlossen haben. Die sind sehr massiv. Du bist dir nicht sicher, wie du Wurzeln kaputt machen sollst. Also du kannst anfangen, dran rumzukratzen, rumzunagen. Glaubst aber nicht, dass das... Haben wir nicht jemanden mit einer Axt? Ich gehe zu Spaghetto. Soll ich was spalten? Die Ranken... Gerne. ...wollen doch wissen, was dahinter ist. Da war ein Eingang oder sowas. Dann kann ich das spalten. Können wir euch daran erinnern, was der Droide gemacht hat? Was er geschützt? Und er hat diesen Stab. Also was ist, wenn wir auch nochmal Wasser schöpfen? Bringt das was? Keine Ahnung, wo wollt ihr das reinfüllen? Wir könnten den Wasserbeutel ausleeren und nochmal reinschnürzen. Ihr könntet ein Loch buddeln und es wieder zubudeln. Okay, macht. Das war nicht ernst gemeint. Das war nicht ernst gemeint mit dem Wasserbeutel. Aber so aus der Erinnerung heraus, wollte er schöpfen und dann wieder zurückgehen? Oder haben wir ihn vorher schon abgepasst? Beim Abfüllen des Wassers habt ihr ihn quasi unfreiwillig auf euch aufmerksam gebracht. Okay. Und wir haben nicht gesehen, wie er da rausgekommen ist. Er ist da rausgetreten aus dieser Öffnung und dann sind hinter ihm Ranken drüber gewachsen und haben diesen Eingang wieder verschlossen. Dann spalte ich den jetzt. Jawohl. Okay, mach mal einen Angriff gegen Wurzeln. Mach was draus. Sieben. Du jagst deine Axt da voll rein und das Vibrieren geht durch dich durch und ist hier quasi wie sein kompletter Körper, so von Kopf nach vorne, also hinten einmal durch. Das könnte einige, paar viele Hiebe gebrauchen, um durch diese dicken Wurzeln durchzukommen. Dann machen wir das. Los geht's. Ich bin stark genug, denke ich, dass ich da ein bisschen draufklatschen kann. Also wir haben einen Axträger, eine Sichel und ein Schwert. Funktioniert das? Versuch's. Aber sonst würde ich dir auch noch vorschlagen, vielleicht mit dem Stab. Vielleicht 19? Egal. Stab da. 19 plus 6. Ist da an der Stelle, wo Wasser ist, vielleicht irgendwie, sieht das aus wie ein Tunnel oder ist das wirklich... Nee, da wo das Wasser drin ist, ist das quasi so ein hoher Baumstamm, der hochgewachsen ist. Da ist das Wasserbecken drin. Ja. Und der stand quasi hier so davor und in seinem Rücken ist quasi diese Wand aus Wurzeln, die diesen Eingang zu dieser Höhle in dem Hang, also in dieser Steilwand quasi verschlossen hat. Sascha? Ja? Versuch doch mal mit deinem Stab. Du fängst an mit deiner Sichel, mach mal Schaden, guck mal, wie viel Schaden du mit deiner Sichel machst. Die Wurzeln zu berühren, was dann passiert. Hm, hm. Acht. Acht. Was passiert? Du hältst den Stab dagegen, wartest, 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 nichts passiert. Haben wir nicht noch eins von den funktionierenden Kauspielzeugen? Oh, stimmt. Also erstmal habe ich acht Schaden gemacht. Acht Schaden, okay. Du hast einen Kratzer reingemacht, definitiv, aber es ist echt hartes, harte Wurzeln. Aber, ihr seht schon, ne? Spaghetto? Ja, mein funktionierendes Kauspielzeug. Bitte. Hier, das heißt nicht. Ist das ein nicht kaputtes? Das vom Anfang? Nee. Weil das ist das einzige nicht kaputte, was ich gesagt habe. Okay, dann, okay, ja. Ja, dann halte ich es aber hin. Okay. Och, och. Und du wartest, und du wartest, du wartest und steckst zwischendurch immer wieder über diese rote Platte drüber und irgendwann, die Wurzeln so, ziehen sich nach hinten zurück und geben einen Durchgangspreis. Ich ziehe meine Axt schnell wieder raus. Okay. Ich bringe sie in Sicherheit. Mach das, mach das, mach das. Die ist da? Meine Axt öffnet alle Wege. Nicht schlecht. Es dauert manchmal nur ein bisschen. Nicht schlecht, los geht's. Ich will losgehen und bleib hängen. Nee, ich vergesse an Bukis. Und Sascha strattet raus so. Bleib stehen. Rett immer wieder dagegen und überlegt jetzt, wie sie mit diesem Stab im Maul durch diesen Eingang kommt. Ich lauf schön da drunter her. Ja, Dieter. Soll ich dir den Stab halbieren? Dann kommst du durch. Das ist eine große Idee. Vielleicht aber vorher. Sie spuckt den, okay, sie spuckt den vor den Boden und wartet jetzt. Ich hau drauf. Also wieder den Standard-Move. Okay. Oh, du haust das Ding so ins Weiß, klappt sich so hoch und fliegt noch so in beide Richtungen. So, puh, fliegender Stock. Wollt ihr beide nach dem Stöckchen dächten? Ja. Aber beide nach demselben. Okay, dann gucken wir mal, wer von euch dieses Stöckchen. Das ist ein Athletics. Okay. Ja, das ist nicht gut. Athletics. Yes. Oder Athletics. Eins. Jo, ich habe eine Acht. Das ist eine Acht. Okay. Ja, ich habe noch fünf drauf, aber es wird trotzdem eine Eins. Das ist eine Sechs. Aber eine Eins ist neil. Natürlich eine Eins. Okay, ihr springt beide los und wollt dieses Stöckchen, was durch die Luft liegt, fangen. Rammt beide. Nein, nein, nein. Kommt zum Boden, guckt dich an. Dann landet der Stab erst auf deinem Kopf. Du kriegst einen Schaden. Und dann auf deinen Kopf. Auch du kriegst einen Schaden. Wir drehen uns um. Kann ich währenddessen heimlich die andere Hälfte smitten? Du kannst es versuchen, wenn du mir sagst, wo du so einen Stock versteckst. Es schaut dann halt aus meiner Tasche halt raus. Okay, du versuchst. Man müht sich. Mach ein Slider-Fand-Check. Zehn. Okay. Du bist dir ziemlich sicher, dass keiner mitbekommen hat, dass noch so ein Stück Stab aus deiner Tasche hinten rausguckt. Ist so gut. Nicht schlecht, trotzdem auseinander. Naja, also wir müssen das noch ein bisschen üben. Aber es war gute, also gute war gut. Okay, die zwei von euch, die schon mal reingegangen sind. Es ist ein bisschen dunkel da drin. Das ist ungefähr, der Raum ist groß genug für zwei Menschen oder fünf Hunde, je nachdem, welche Größe sie haben. Macht mal einen Investigation-Check. Zwei. Ja, fünf. Fünf bloß. Ja, ich glaube, ich kriege nichts drauf. Nee. Okay. Ihr sucht, schnüffelt am Boden überall rum, um das Tischbein, um die Stuhlbeine. Ihr findet nichts wirklich von Bedeutung. Geht der Rest hinterher? Ja. Okay. Lass mal auch reingehen. Okay, läuft alle rein. Und du bist ein bisschen größer und du siehst, dass auf dem Tisch eine Notiz liegt. Oh. Hier liegt eine Notiz. Keine Ahnung. Können wir die lesen? Also ist es ein normales Kommen oder ist es irgendeine... Erst mal angucken halt, ne? Guckt es euch erst mal an. Ich gucke mal drauf. Okay, es ist... Ich will hoch auf den Tisch. Du springst auf ihren Rücken, läufst, tappelst über den Kopf und hüpfst auf den Tisch. Ich schaue es mir an. Du schaust es mir an. No, ich. Was sehe ich? Okay. Ähm. Ihr seid euch Tatsache nicht sicher, was dort geschrieben steht. Aber jetzt, wo du auf dem Tisch drauf sitzt, siehst du... Mach nochmal... Mach nochmal einen Perception-Check. Für mich. 13. 13. Ich möchte das schon so gut sagen. Ja, 13. Okay, ähm. Du kannst... Von dem Tisch aus hast du Sicht, äh, in den weiteren Raum. Also ist ein kleiner Tisch mit einer Kerze dran, äh, einem Stuhl. Und irgendwie sieht die Wand hinter dem, also zur, 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 ähm... Rechten des Stuhls. Ein bisschen komisch aus. So, da geht auch so eine dicke, da geht so eine dicke, da geht auch so mitten durch den Raum geht so eine dicke, eine so eine dicke Wurzel durch. Ansonsten ist es halt eher aus erde geformt, dieser Raum. Hm. Hm? Hm? Eh, hört mal, hört mal zu. Der hinten im nächsten Raum. Da ist so eine dicke Ranke. Ich glaube, da sollten wir vorsichtig sein. Nicht, dass das wieder so was ist wie draußen, diese... Diese Büsche. Diese... Ich hätte jetzt eher an diese Waldfrau gedacht. Ach, die ihr böse geklappt. Ja, ich war mit dem Busch, die ihr beschäftigt. Kein Problem, die mögen keine Bumerange. Stimmt. Da fallen sie direkt um. Sie mögen mein Schwert nicht. Oder meine Darts. Aber das ist von mir, damit ihr vorbereitet seid. Hast du das Kauspielzeug... Ja, natürlich, das hab ich die ganze Zeit immer ganz, ganz nah bei mir. Soll ich damit mal in die Nähe gehen? Dann wollen wir erst mal wissen, was der Zettel... Wäre ein Versuch wert. Ich würd grad sagen, ich würd gerne... Erstmal den Rest des... Ich weiß nicht, wollt... Raumes untersuchen. Der Raum ist nicht... Also wirklich Tisch, Stuhl... Und halt diese eine Wurzel, die da so lang geht. Jetzt haben wir ja noch nicht alle den Zettel gesehen, ne? Kann ich den mal noch einmal auf den Boden legen, damit wir ihn alle sehen? Ich schub's den runter. Keinem von euch sagt so wirklich etwas, was auf dem Zettel ist. Es ist kryptisch, so eine Art Runenschrift. Da drauf. Wir sollten es mitnehmen, vielleicht. Wenn wir zurück ins Dorf kehren, Spagetto... Ich würd das einpacken. Willst du, was machst du? Ich geh vor zu der Wurzel. Okay, du, um da ranzukommen, müsstest du dich hochheben lassen. Sascha? Okay, Sascha, pack dich so an. Okay. In deiner Rüstung oder wo auch immer und hieb dich halt so hoch und hält dich da vor. Was machst du? Momentchen. Ich bin erstmal nicht ganz so begeistert in meinem Stolz. Aber, ja... Die kleinen Beinchen. Ah, ich heiße halt dein... Du hältst das, dein Kauspielzeug. Mein Kauspielzeug. Hältst du da vor? Ja. Okay, und du wartest, kleckst nochmal so ein bisschen über die rote Scheibe, wie du es draußen auch gemacht hast. Und die Wurzel zieht sich zurück und gibt einen kleinen... So einen kleinen Hohlraum frei. Da drin kannst du sehen, ein kleines Büchlein. Okay. Und eine kleine... So ein kleines Säckchen. Kommst du da ran, Spaghetto? Ja, ich knapp mir alles. Okay, Spaghetto kriecht er so rein. Sie sehen quasi, wo es noch so ein Hinterteil aus diesem Loch raushängen. Die Beine so ein bisschen strampeln und er kommt mit dem Buch und Pouch kommt er aus diesem Loch wieder rausgehüpft. Okay. Oho, schaut mal, was ich gefunden habe. Dann öffnen wir die Pouch vielleicht einfach ein. Okay, die Pouch enthält 25 Gold. Da kann sich jeder von euch 5 Gold für einstecken. Steaks! Aber woher? Keiner verkauft die Steaks. Wenn die wieder... Und dann untersuchen wir mal das Buch. Okay, was dir auffällt auf diesem Buch. Der Titel fängt an mit dieser Runenschrift. Dann kommt ein Strich, kommen. Und darunter in der Zeile steht, kommen Strich. Und es kommt wieder dieser Runenschrift. Das ist ein Wörterbuch! Und ganz unten in die Ecke gekritzelt steht, so few Dummies. Dann packe ich die Notiz wieder aus und... Ihr macht euch ans Übersetzen. Ja. Okay, dann... Wer auch nur übersetzt, macht mal halt einen Intelligence-Check. Ich nicht. Das ist die Frage. Nö, nö, das lasse ich an. Hier sind die Grobiade. Ich bin mir nicht sicher, einer, der doch überhaupt intelligent ist. Also, durch... Überdurchschnittlich intelligent. Eins. Eins. Sieht spannend aus. Vielleicht ist das ein Mandala. Ich habe irgendwie zwei oder so gewürfelt. Okay, es... Soll ich nur nochmal versuchen? Dauert. Okay, versuch ruhig nochmal. Das ist aber der letzte Versuch. Okay. Elf. Elf. Okay, das beschleunigt... Während die... Während die Ersten quasi... Sie fangen an, die Notiz auf dem Kopf zu lesen. Also, sie stehen so vor der Notiz und fangen an und übersetzen. Und sie so... Irgendwie... Nee. Finden wir das nicht. Und du guckst so drauf. Also, du fängst auf derselben Seite an. Gehst so rum, um halt Platz zu haben. Du und so... Ha! Und es geht wesentlich schneller. Und, ähm... Ihr könnt diese Notiz zusammen übersetzen. Es dauert insgesamt so vielleicht um die zwei Stunden, um die ganze Notiz zu übersetzen. Ihr lest diese Notiz und ihr erfahrt, dass sehr bald, und zwar heute Nacht, ein Blutmond bevorsteht. Oh! Dieser Blutmond, ähm... Verstärkt die Kräfte dieser Droiden, ihrer dunklen, magischen Riten, um ein Vielfaches. Aus irgendeinem Grund hassen diese Droiden... Die Zivilisation... Die Zivilisation... Ja, ähm... Vielleicht... Ihr könnt... Macht dabei... Macht ihr vielleicht eine Short Rest, ähm... Nipp ein paar Rations... Jet hat definitiv Hunger. Mhm. Während die anderen übersetzen. Ach so, können wir dann schlafen? So ein bisschen... Ja, ist eine Short Rest. Sitzt die einfach nur ruhig aus, frisst ein bisschen und macht... Ein bisschen Muskeln vergleichen. Muskeln. Also Sport machen. Also die hassen Zivilisation... Genau, die hassen aus irgendeinem Grund die Zivilisation. Die Magie von denen wird... Die Magie und ihr Wirkungsbereich Rami wird immens erhöht. Und es wird von einer Art Blutfluch gesprochen. Dieser Blutfluch könnte sämtliche Waldbewohner heimsuchen. Wenn das Ritual verendet wird, kann diese Macht von diesen Halsbändern, deren Funktionsweise dort auch ein bisschen besser beschrieben wird, über einen ganz einfachen Biss übertragen werden. Das heißt, jeder Hund, der eins dieser Halsbänder trägt, wenn das Ritual beendet ist, kann diesen Kontrolleffekt, der auf sie herrscht, an andere Waldbewohner und so weiter übermitteln. Das heißt, es wäre wie eine Plage, die sich ausbreitet. Alle würden in dieses brutale, aggressive, urnatürliche Verhalten zurückkommen. Aquakalypse, das geht alles nicht sehr gut. Die Wirkung der Halsbänder ist dann auch permanent. Das heißt, es gibt keine Rettungsmöglichkeiten mehr für die Hunde. Der Geruch von den Druiden ist sehr, sehr stark an diesem Buch und an diesem ganzen Raum. Ich glaube, mit diesem Geruch hättet ihr eine Möglichkeit herauszufinden, wo er war, wo er herkam. Irgendwo ganz unten findet ihr noch die Notiz, dass es, ihr vermutet, dass es drei Druiden sind, um die es hier geht, oder drei Hauptdruiden, die mit diesem Ritual zu tun haben. Und das sind sämtliche Informationen, die ihr irgendwie aus diesem Brief herausfiltern könnt in der gegebenen Zeit. Ihr seid frühmorgens aufgebrochen, ihr habt ein paar Stunden gebraucht, bis ihr da seid. Also wir haben jetzt, ja, frühen Nachmittag. Das ist so um die zwei, zwei, drei Uhr vielleicht. Zwei Uhr, sagen wir mal so um die zwei Uhr. Geht langsam auf drei Uhr. Wird es jetzt ernst? Wir sollten uns da ein bisschen spurten. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall ernst. Wir müssen diese Apokalypse, wie ich sie jetzt mal betitle. Wir müssen den Feind stoppen. Ich rieche Kamm. Aber wir müssen in jedem Fall alle Hunde des Dorfes retten. Das ist heute unsere höchste Priorität. Es geht um die Rettung. Reicht. Müssen wir einfach nur die Druiden töten und dann ist der Effekt weg für alle Hunde? Oder müssen wir jeden Hund befreien von seinem Halsband? Ich glaube, wir müssen diese Halsbände alle zerstören. Ihr habt keine Ahnung genau, wie dieses Ritual funktioniert. Also wie genau die Einzelheiten des Rituals sind. Ihr wisst nur, dass ihr dieses Ritual aufhalten müsst, bevor es zur Höhe des Blutmondes, also wenn der Mond komplett in den Erdschatten eingetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt muss das Ritual unterbrochen worden sein. Verflucht sei der Briefschreiber, dass er nicht mehr geschrieben hat. Ich hoffe. Das bedeutet jetzt, wir müssen jetzt die Fährte, die wir hier wahrnehmen können, der müssen wir jetzt folgen. Das ist unser bester Anhaltspunkt. Ich nehme die Fährte auf. Auf geht's. Unser Tracker. Wir folgen mal ins Rett. Jett hoffentlich. Jettelow. Ich würfel wahrscheinlich, ne? Würfel mal einen Perception-Shake. Please. Was machst du? Yes. 21 insgesamt. 21. Ihr beeilt euch, den Ort des Rituals so schnell wie möglich zu erreichen. Ihr lauft und lauft, während die Nacht langsam anfängt, über euch hereinzubrechen. Durch die Bäume vor euch dringt ein immer stärker werdendes, rötliches Licht. Als ihr aus dem Wald herausprescht, offenbart sich euch ein fast schon magischer Anhalt. Die Spitze des Berges, also die Baum reist frei und der restliche Weg ist einfach nur noch Graslandschaft, ne? Die Spitze des Berges wird von dem Blutmond in ein warmes, rotes Licht getaucht. Am Himmel ist ein massiver Vogelschwarm, der dort kreist und die Nacht mit seinem Geschrei erfüllt. Inmitten des Gipfels ragen große Felsen empor, die zu einem großen Kreis um einen steinernden Altar herum angeordnet sind, welcher auf den Resten eines schwarzen Baumstammes ruht. Wollt ihr versuchen, euch anzuschleichen? In jedem Fall. Es möchte sich vielleicht nur einer anschleichen, weil es ist eine recht deckungslose Distanz bis zu diesen Steinen heran. Ich hab ne Frage. Ja? Gehen wir davon aus, dass diese Runde unter einem Charm liegen? Wäre durchaus möglich. Also es ist definitiv ein Kontrolleffekt. Kontrolleffekte fallen in den meisten Fällen, glaube ich, in die Kategorie des Charm Spells. Es könnte sein, dass ich etwas tun könnte, um den Charmeffekt vorübergehend, also diese Aggression von denen vorübergehend zu lindern. Aber dafür dürfen wir sie erstmal nicht angreifen. Und du kannst es nur bei zwei Hunden. Zwei Hunden. Machen. Ja, angreifen wollten wir sie ja eh nie. Nee, aber wenn sie einmal anfangen anzugreifen und wir uns wehren... Noch habt ihr auch die Hunde nicht gesehen. Okay. Ihr konntet gerade so hoch, durch diese Steinformation konntet ihr den Altar. Und auf dem Altar ist noch irgendwas zu sehen. Aber dazu müsstet ihr noch ein bisschen näher rankommen. Das bedeutet, wir brauchen erstmal jemanden von uns, der gut schleichen kann. Ich kann sehr gut schleichen. Ich kann auch sehr gut schleichen. Ich bin leider zu groß. Ich bin gerade gut zu schleichen. Ist doch Stealth, ne? Mhm. Dann jeder, der losstealthen möchte, stealtht einfach los. Aber es ist... Naja. Nicht so viele. Macht das denn überhaupt Sinn? Das ist doch sehr klar. Ich dachte, einer von uns geht. Ja, es sind einer 1,20. Ich hab jetzt nicht gewusst, aber ich dachte, dass... Je zwei, ähm, fangt an, Lust zu schleichen. Du wehren dich ja, du... Du kommst relativ nah an den Stein, äh, Kreis ran, als unsere Luna von dem Mondlicht so verzaubert ist, dass sie nicht aufpasst, wo sie hinläuft und in Stolpern geraten, also so hinfällt und einfach still am Boden liegen bleibt. Scheinbar gibt keiner auch nur irgendwie Interesse oder Kund, dass man euch gehört hat. Was du jetzt sehen kannst von deiner Position aus. Dieser Altar, der auf diesem schwarzen Baum, der definitiv auf einem alten schwarzen Baumstamm ruht, auf dem pulsieren rote Runen. Er ist umhüllt von Ranken und Reben, darauf festgebunden, ein Wolf, fällt so weiß wie der Schnee. Riesig massiv, dieser Altar ist drei Meter in der Länge und wird komplett von diesem Wolf eingenommen. Riesen, 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 Riesen-Wolf. Du kannst seine Angst und seine unbändige Wut, die in ihm brennt, geradezu wittern. Zwei Gestalten stehen nahe des Altars, die in einer fremden Sprache zu singen scheinen. Einer von ihnen ist gehüllt in einem Umhang aus Blättern und Federn. Und etwa zwölf Hunde sind innerhalb dieser Steinformation kreisförmig um diesen Altar angeordnet, immer in Dreiergrüppchen, also ein Dreiergrüppchen, das nächste, das nächste, das nächste. Kann ich die Runen gut erkennen? Das sind definitiv druidische Runen, wie ihr sie in dem Buch gesehen habt. Was sie sagen, fällt dir beim besten Willen nicht mehr ein, aber es sind definitiv druidische Runen. Im schwachen Schein des Blutmondes erkennst du, dass sich die Ranken dort, wo das Wolfsblut auf sie hinabtröpfelt, schwarz verfärben und wie eine Krankheit entlang der Ranken ausbilden. Mach einen, mach einen Intelligence, straight Intelligence für mich. Jetzt kommt eins. Uh, 17. Okay. Du hast das Gefühl, was auch immer dieses Ritual ist, wenn diese schwarze Substanz, die die Ranken langsam entlang kriegt, also umso mehr Blut auf diese Ranken tropft, umso schneller kriecht es voran. Wenn dieses Blut oder diese Verfärbung die Hunde erreicht, ist das Ritual quasi vollendet. Kann ich einschätzen, wie lange das noch ungefähr dauern wird? Es wird nicht mehr lange dauern. Okay. Also, ihr habt vielleicht noch Minuten. Dann winke ich die anderen zu mir. Und auch fällig, unerfällig, wie möglich, zu mir kommen. Okay, wir gehen schnell, aber leise. Aber müssen wir nicht einen Plan schmieden und so? Wir haben keine Zeit, wir gehen jetzt erstmal hin. Okay, wir haben besonderer Zeit. Okay, dann machen alle, die noch nicht da sind, einen neuen Stealth-Track. Oh Gott. Ja, also hier vor allem leise gehen und sich anschleichen sind ja auch nochmal zur Verschule, ne? Ja, müssen wir gut flüstern. 11 Spaghetto 16 Luna Ich bin noch schon da. Ach so stimmt, du bist hinterher getrottet. Äh, trottet. Entschuldigung, das war wirklich ein Versprecher. Aha. Ähm 5 Leise wie ein 11 Spaghetto Sascha, würfelt nochmal. Ihr habt Disadvantage aufgrund eurer Rüstung. Oh, aber ich kann doch, ich kann uns doch nochmal würfeln lassen. Au, geht das nur im Kopf. Kann ich zumindest Spaghetto nochmal würfeln lassen, ohne dass du es... Spaghetto hat doch gut. Spaghetto ist gut durch, ähm, du hattest 11. Haben alle gut genug gewürfelt, sonst? Jetzt verstehe ich den erst. Ja, ich habe auch gehört. Ich war auch so, hä, du lachst nicht. Wie eine Elfe, Elf. Oh, mein Gott. Ich habe den Witz, glaube ich, gar nicht gehört. Er war gar nicht witzig. Da ist wie ein Elf, hat er gesagt. Ja. Und ich war so, hä? Habe ich nicht geschafft. Ach so. Ich werde in dem Moment überlegen, ob du die Zahl schon gesagt hattest. Ne, ich dachte an die Fußballmannschaft. Äh, welches Feature ist das denn von dir? Ability Saving Throw, Faith Roll, Friend. Aber das geht halt eigentlich auf jemand anderen. Also, jemand kann halt einen Check nochmal machen. Ich weiß aber nicht, ob ich... Das ist aber nur eine Tatsache, bezieht sich das... Oh, Saving Throw, Ability Check oder Attack Roll. Achso, ihr zwei müsst aber trotzdem... Hätte ich mit Disadvantage machen müssen. Okay. Dann würfelst du noch einmal für mich. Achtzehn? Achtzehn. Plus fünf. Sie hat die Fähigkeit, einem Verbündeten zu erlauben, einen Savings Throw, eine Ability Check etc. pp. nochmal neu ausrollen zu lassen. Okay. Das hat sie jetzt gerade eingesetzt, damit du deinen Stealth Check bestehst. Damit nur eh hinverkackert. Okay, alles in allem, mach dir einen ganz guten Job, um da rüber zu kommen. Du klimperst ein bisschen laut und ein paar von den Hunden... Dann bleib ich stehen. ...schauen auf, aber es geht zumindest kein Gekleffe oder Gebellelos. Die Druiden singen weiter und der Blutmond steht... Also, der steht wirklich unmittelbar. Wie viele Druiden? Zwei Druiden. Und von dem Wolf topft das Blut auf diese Rangen. Genau. Und diese Rangen verteilen das? Genau. Und ihr seht noch, und ihr könnt jetzt sehen, dass an einem Ende von diesem Steinkreis noch ein massiver Baum steht. Ich greife meinen Nun um. Du greifst deinen Nun um, okay. Ihr seht, wie diese kleine französische Bulldogger aussehen in ihrem Rucksack? Ja. So ein kleines, plüschiges Schaf mit einem roten Halsband hervorzieht und im Maul hält. Ja. Ich fange an, drauf rum zu kauen. Okay. Und ich möchte einen Scham-Effekt auslösen auf die zwei Druiden. Auf die zwei Druiden? Ja. Okay. Das ist eine Action. Das heißt, erst mal kannst du nur auf einen Druiden gehen. Kannst du mir sagen, was genau passiert? Kann ich die zum Stopp hinbringen? Wie hoch ist dein Charisma-Modifier? Äh, 13. Modifier. Ach so, der DC ist 13. Ja. Okay. Dann gucken wir, auf welchen der Druiden. Auf den Boss-Boss oder auf den anderen Druiden? Boss-Boss. Ja. Ja. Okay. Ja, Fahrrad. Er, ähm... Hört kurz auf zu singen. Schaut euch rüber. Winkt euch. Und, äh, nimmt den Gesang aber wieder auf. Der andere singt durchgehend. Und der andere Druide im Gesang guckt in eure Richtung. Guckt wieder zu seinem Boss. Ich wink zurück. Hm! Singt aber die ganze Zeit weiter, weil er echt irritiert ist, was er davon halten soll. Ich, ich... Ich greife an. Okay. Geh auf den Boss. Ähm, ich hab vorhin noch eine Frage, bevor wir hier in Action gehen. Ähm, du hast ja gesagt, das wird Zähne sein, wenn das Blut die Hunde erreicht. Ja. Das heißt, die sitzen auf so vormarkierten Stellen, wo das Blut dann hier... Es gibt vier, die Hunde sind immer in Dreiergrüppchen. Also hier in Dreiergrüppchen, da in Dreiergrüppchen, da und da. Mhm. In der Mitte ist der Altar mit diesem riesigen weißen Wolf drauf, der irgendwo verletzt ist. Und von da aus gehen halt Ranken zu diesen Hunden hin, die mit den Halsbändern verbunden sind. Und da frisst sich dieses, dieses Schwarz einfach entlang. Und sobald dieses Schwarz über die Ranken an die Halsbänder kommt, ist es vorbei. Das heißt, wir müssen die Ranken durchdrehen. Mhm. Und dann den Wolf befreien. In dieser Reihenfolge. Ja. Und die Hunde nicht verletzt. Ich greife die jetzt an. Aber irgendwann auch den Ruinen. Ja, okay. Das habe ich jetzt gesagt, das mache ich. Da übrigens also... Ich greife die Hunde an. Ja, halt Klassik, ne? Wir decken uns erst. Ich verfalle in Rage. Und schwinge meinen Schädelspalter. Sprich, ich axt. Okay. Wow. Ähm, nehm, nehm, zehn. Wie viel? Beziehungsweise... Wenn du es mir erlaubst, würde ich, ähm, Reckless Attack machen. Okay. Dann greife ich nochmal, weil ich Advantage habe. Das trifft... Das trifft... Gerade so. Das ist nice. Das ist eine... Das tut schon mal ordentlich weh. So, und jetzt rollt for initiative. Hm. Der war so abgelenkt von euch und weil er gecharmed war, ist nicht zuerst die initiative ausgebrochen. Muss ich das auch rollen? Du musst jetzt auch einmal die initiative. Du wirst dann... Eins. Den reingesetzt. Das ist fassbar. Ja. Ich muss später nochmal fragen, was da bei dem Charm-Ding passiert ist. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Der ist... Der war dir freundlich. Deswegen hat er dich gesehen, gewunken und hat nicht Alarm geschlagen. Ja. Aber er hat weitergesonnen. Schade. Ja, okay. Er ist halt nur freundlich gesonnen, aber halt nicht... Okay. Okay, okay, okay. Good. Okay. Über 20. 21. Oh. Spaghetti, der auserwählte. Ist so. Jetzt geht's los. Jetzt kommt Spaghetti. 15 bis 20. 20. 20 und? 18. 10 bis 15. 10. 10. 10. Und was hat unsere gute Sascha? 2. Okay. Du hast getroffen, ne? Ja. Das waren 14 Schaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Okay. Der hält seine Concentration. Hat Schmerzen, sinkt aber eiskalt weiter. Wow. Die sind echt pröselig. Gut. Dann hätten wir jetzt als allererstes... Ich würde mal vermuten, dass es Prim ist. Ja. Prim. Go for it. Hattest du schon? Ja. 21. Ich wollte gerade sagen... Achso, Entschuldigung. Ja, alles gut. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti, ja. Spaghetti hat... Ich dachte, dann habe ich verpasst. Spaghetti hat sich bei mir nicht aktualisiert. Kann Spaghetti ein kleines Spaghetti her fördern? Spaghetti kann sein kleines Spaghetti. Was? Okay. Wait, what? Excuse me. War noch nicht verstanden. Ist das dann eine Aktion oder... Das wäre deine Action. Sei denn, es liegt drin, dass du es als Bonus-Action machen darfst. Na, theoretisch steht dahinter nur Action. Also ja, du holst deinen kleinen Spaghetti. Mit dem mache ich erstmal Get-O-Faust. Kann er auch? Wie aus dem Nichts, aus so einem grünen, unnatürlichen Licht, so... Und auf einmal steht Spaghetti, nur noch viel kleiner, neben Spaghetti. Und wir beide machen Synchron. Und ihr kleiner Iro. Jetzt habe ich... Also der kleine Spaghetti ist so groß wie ein Hamster. So klein? Du bist ja auch nicht gerade groß. Ey. Das ist ein Spaghetti-Hamster. Ihr seid doch nicht sicher, ob es wirklich Spaghetti ist oder ein Hamster-Deal, wo es so gestylt wurde wie Spaghetti. Ich mache einfach nur den hier. Okay. Dann rollt klein Spaghetti jetzt auch einmal Initiative für mich. Okay. Ja, gerne. Elf. Elf. Okay. Hat der das gleiche Initiativen plus... Dann hätte er... Nee, der hat die von was auch immer er jetzt ist, aber... Wir lassen jetzt einfach mal bei elf. Okay, gut. Okay, aber dann habe ich ja keine Aktion mehr, ne? Ich würde dir noch eine erlauben, weil... Theoretisch steht da, es ist keine Action, die du dafür ausgeben musst. Okay. Ja, dann mache ich erst mal Eldritch Blast. Okay. Auf die Ranken. Oder auf... Auf die Ranken. Die Ranken müssen aufhalten. Die Ranken müssen aufhalten. Ich weiß. Ich wollte mich sowieso mehr auf den Wolf und damit die Ranken konzentrieren. Sie will dich nicht beeinflussen oder so. Ich wollte mich sowieso um den Wolf. Vorwärts nach einer Ruinen. Also... 4 plus 6 auf die Ranken, ist das okay? Die Ranken? Ja. Okay. Sehr gute Frage, ob das okay ist. Ich glaube aber nicht, dass das auf diese Ranken trifft. Nein. Trifft leider nicht auf diese Ranken. Also... Ich drüber und zisch da drüber. Du bist mir nicht sicher, ob er wirklich die Ranken getroffen hat oder einfach nur davor auf dem Boden aufgeschlagen ist. Okay. Aber es scheint keinen allzu großen Effekt auf die Ranken gehabt zu haben. Okay. Sehen die Hunde so aus, als könnten die sich bewegen? Im Moment sind die noch angekettet und sitzen da. Prim. Ich würde versuchen, da heranzukommen und mit meinen Darts die Ranken zu bearbeiten. Oder eine von den Ranken. Okay. Äh... Melee. Oder Ranged. Melee oder Ranged. Das ist jetzt die große Frage. Äh... Dadurch, dass die mich ja nicht... Dadurch, dass die angekettet sind, können die ja nicht weg. Das heißt, ich kann auch ein Melee-Reichwalt. Das ist safer. Im Moment kannst du das tun, ja? Dann mache ich mir die Reichweite. Mal gucken, ob das klappt. Uh! Oh! 19 plus 5. Uh! Sind über 20. Okay, dann... Schlag mal ordentlich dagegen und... Vier, ne? Äh... Sieben. Sieben schon. Okay. Eine der Ranken, ähm... Bröselt, die findet sich davor hin und, ähm... verfault und zieht sich quasi so zurück Richtung des Altars und drei der Hunde sind scheinbar befreit und gehen direkt stiftet. Also die laufen außerhalb des... Ich weiß, die sind auch nicht mehr feindlich, die sind... Ne, die, die, ähm... Ich glaube... Ne, die sind, die sind... Oh, ne, die, ne, die laufen nicht raus. Die bleiben, die sind zwar nicht mehr von diesen Ranken, aber dennoch ist der rote Schein von ihren Halsbändern zu sehen und der rote Schein in den Augen ist definitiv noch da. Aber greifen die denn direkt an? Das darf ich dir gleich. Ich opfere mich vor uns. Und ein Hund weniger. Wundervoll. Ähm, der nächste in der Reihe wäre Luna, Tatsache. Ich würde gerne den Droiden angreifen, der mir nicht freundlich gesonnen ist. Da ist keiner mehr freundlich von gesonnen, weil der, der dir freundlich gesonnen war, der hat eine riesige Axt abbekommen. Schade. Also, dich mögen... Keiner der Droiden mag dich mehr. Schade. Oder wie man in meinem Dorf sagt, Merde. War der Meister derselbe, den... Ja, okay, macht Sinn. Also, keiner ist dein Freund, wenn du ihm eine Axt durchs Gesicht ziehst. Glaube ich jedenfalls. Verbessert mich. Ich habe mir Mühe gegeben. Egal, ich greife einen davon an. Mit meiner Crossbow. Okay, den Meister oder den anderen? Den anderen. Okay, dann greif den anderen an. 15 plus 5 ist 20. Trifft definitiv. Das sind 6 Schaden. Das sind 6 Schaden? Ja. Okay, das ist... Du willst die Bonus-Action bestimmt noch machen. Moment, ich will erst ein Special machen. Und zwar würde ich ganz gerne Packfighter aktivieren. Das bedeutet, ihr alle bekommt jetzt plus 2 auf eure Armor-Class. Oh. Wie lange? Für den Kampf. Für den Kampf. Für den kompletten Kampf. Nee. Das ist cool. Jetzt würde ich gerne meine Bonus-Action machen. Und zwar... Obwohl... Ich weiß gar nicht mehr. Nee, kannst du gar nicht. Du bist nicht in Mili-Reichweite. Egal. Okay, dann... Gehen wir jetzt zu Hund-Reilos und... Also... Einen der Hunde, den du gefreit hast. Das ist eine... 13 plus... 16. Das geht durch. Das geht durch. Wundervoll. Und die machen... Wundervoll! Selbst mit dem Plus-A2? Wie viel hast du mit dem... Plus 2. Haben sie gegen alle oder nur gegen den einen? Also haben sie grundsätzlich... Sie haben grundsätzlich plus 2 auf Armor-Class. Ich habe halt 14 plus 2 waren 16. Ach so. Gerade noch so durch. Das trifft also... Ah, genau. Okay. Sorry. Zwei Schaden. Ja! Die Würfel werden gewechselt. Der darf definitiv keinen Schaden mehr. Ich merke schon, der will mich killen. Nö. So. Du warst zuletzt... Also zuletzt all von euch dran, ne? So. Dann ist der nächste Hund, der da frei ist. Der trifft nicht. Der schnappt ins Leere. Und dann haben wir jetzt den... Kleinen Spaghetto. Kleiner Spaghetto kann auch Laser-Augen machen. Kleiner Spaghetto macht das auch gegen den Super-Boss. Kleiner Spaghetto hat aber nur den normalen. Der hat also diesen fetten Bonus. Ist okay. Was hat er denn? Ich schau erstmal, ob er... Weiß ich, wieso würfelt. Wir gucken erstmal, ob er trifft. Ach, zwölf. Zwölf. Plus... Das sagst du mir. Was macht dein... Was macht dein Spaghetto-Blast? Mein normaler Spaghetto macht plus sechs Attack. Attack? Ach so, dann ist der plus vier. Okay, dann ist es... 16. Ich hab ne zwölf gewürfelt. Zwölf gewürfelt. Gegen wen? Gegen den Boss. Gegen den Boss. Kleiner Hamster gegen den Boss. Das trifft leider. Es trifft leider? Es trifft. Ja, also für mich leider. Oh, kleine Spaghetto. Okay, surprise. Sehr gut. Dann würfel ich... Also ist es der gleiche Damage? Würfel? One die ten plus vier dann macht. Okay. Acht plus vier. Das sind zwölf. Und der letzte. Mini Spaghetto. Mini Spaghetto. Ah, nee, der kriegt die... Der kleine Hamster. Ich glaub, der kriegt die plus vier kriegt der nicht drauf. Ich glaub, der kriegt die plus vier nicht drauf. Okay, dann acht. Der mini Spaghetto. Trotzdem schön. Ach, das ist für so ein Hamster. Ach, schade. Ich bin so ein kleines Uwele. Wie eine Bulette einfach. Ich bin schon ein Hamster. Mathematik. Okay. Hat dem definitiv wehgetan. Jet. Ja. Ich hab eine Frage. Yo. Mein Feral Corporation. Da steht hier drin, Require Savage Hole. Und das krieg ich ja erst... Wenn du raged. Das heißt, du musst ragen... Rage und ein Treffen auch. Okay, ja genau. Dann kannst du Feral Corporation aktivieren. Ja, dann mach ich das danach. Denn ich spalt erstmal nochmal weiter den Schädel vom... Aber du musstest doch erstmal aktivieren. Hab ich schon. Ich muss nochmal... Du hast den Box auch einmal angegriffen. Angegriffen, Luda, ne? Ne. Hast nur du und du den Box bisher angegriffen? Ja, ich hab... Und dein Mini-Spaghetto. Ja. Also du... Also ne, ich hab Ranke. Ne, du hast Ranke. Mini-Spaghetto und du. Ja. Okay. Auch das tat weh, aber der Arsch sinkt einfach weiter. Sinkt ja wenigstens schön. Kannst du annehmen. Ja, okay. Gut. Dann gucken wir mal, wie dein Schädel spalten soll. Richtig drauf. Das ist ne 14. Ja. 14 ist das Sprechen. Sprechenaufbau hier. Kante. Kante. 19. 19. Äh, trifft, 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 trifft. Ja, ich hoff doch. Rage, du? Ja, ich bin noch mal Rage gerade. Siehst du doch. Sieben. Aber das hat Rage nicht angehört. Okay. Doch, ich hab es an, aber ich hoffe für die erste ja dafür. Genau. Also wenn ich angegriffen werde... Aber hast du jetzt nicht wieder aktiviert? Ne, hab ich nicht. Schade. Okay, gut. Ich habe sieben Damage, mach ich. Sieben Schaden. Immer noch auf den Boss. Ja. Ja. Der ist schon ordentlich am Schwitzen. Und der hört schon mal auf zu singen. Oh. Ich möchte aber noch Dinge tun. Luna ist ja in der Reichweite, ne? Sie ist in der Nähe. Ja. Bist du schon hingerannt? Ja, ne? Du warst schon ran. Ja, ich bin zwar nicht in Linie, aber ich bin da. Stimmt, das ist nur der Crossburg schossen, ne? Du könntest nehmen müssen. Sascha wäre als nächstes an der Reihe. Irgendwann. Und Sascha ist auch genug in der Nähe. Sascha kann auch dahin springen, ja. Okay. Okay, dann aktiviere ich erstmal Savage Shoal of Sascha. Mhm. Ein D6 Bonus auf deine nächste Attacke. Oh, dann muss ich auch 3-5. Aktiviere Feral Corporation. Okay, aufgrund von seiner Fähigkeit hast du jetzt die Möglichkeit, vor deinem Zug hinzulaufen, eine melee Attack zu machen. und es kann keine Attack of Opportunity gegen dich verwendet werden, was eh nicht der Fall ist, weil du an keinem vorbeiläufst, der sonst einen auf dich kriegen würde. Du kriegst einen Bonus D6 Schaden drauf. Du bist dir sicher, dass ich das machen soll? Ja. Du schaffst das. Ich bin mir ganz sicher. 20. Okay, da anwürfelst du jetzt mal deinen D8 erstmal. Oh mein Gott. Eine Acht? Ja. Es ist eine Acht. Plus, was steht auf deinem? Plus, äh, 3. Und dann darfst du dir nochmal Acht obendrauf rechnen, wegen unserer Brutal Critical-Regel. Und die, plus... Plus 6. Und der Sechster kommt auch noch drauf. Der ist sowas dann tot. Yes! Okay, 8, 8 sind 16, 6 sind 22, plus 3 sind 25. Achso, das, ja. Plus 3. Der ist platt. Der ist tot. Okay. Wie sieht's aus? Ich komme von hinten angesprungen, jaule einmal in der Luft. Und haue ihm dann mit dem Nunchuck 1 voll auf die Birne. Mit einem Dreher. Okay. Also ich mach so einen. Natürlich mit einem Dreher. Du kommst angelaufen von hinten, springst hoch und klatscht ihm voll eine vor den Hinterschädel. Er fasst sich an den Kopf und du bist dir ziemlich sicher, das hat ihn schon erledigt. Er stolpert nach vorne und kommt einfach in die Reichweite von diesem Wolf, der mega pisst ist. Und der beißt ihm auch nochmal eiskalt fies in den Schädel. Der ist hinüber. Der ist hinüber. Definitiv. Der zweite Druide. Singt einfach weiter. Singt einfach weiter. Ein weiter weiter. Alter Respekt. Très bien. Oh. 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 Ich auch. Oh, yeah. Yeah. Ich weiß nicht. Ich fühl dich gebrochen. Doch. Oh. Pew, pew. Okay. Der Druide singt einfach weiter und Kreatum soll drehen in die Gesichter und rennt ja so. Das klingt auch nicht mehr ganz so schön, aber er zieht es eiskalt durch. Okay. Also Hut ab dafür. Ich erzittere etwas vor den schrägen Tönen. 13. Ähm. Einer der Hunde greift dich nochmal an mit einer 16. Das sollte treffen. Ja. Bitte Würfel reden. Oh. Das sind drei Schaden. Drei ist okay. Sechs wär jetzt doof. Wie viel? Ich kritiske, aber wär halt hoch. Also, okay. Hohe Zahlen sind immer doof. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Dann. Und der ist immer. Sascha! Ja! Mann, Sascha, ich bin nicht mehr da. Ja, ich hab jetzt zum Schluss gewartet. Mh. Mh. Vorhin vor dem Original, nach dem Original Spagett. Original Spagett. Ich war nämlich nur einmal dran bei diesem Kampf. Ja, jeder war bisher nur einmal dran. Sie darf jetzt zweimal, weil er ihr Eindruck hat, einmal vorzuziehen. Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt von der Reihenfolge her. Ja. Ein singender Droide. Kann ich Scarlet Weapon und Divine Smite auf einmal für eine Tacke nutzen? Äh. Also, Divine Smite kannst du grundsätzlich, wenn du weißt, dass du getroffen hast, dann darfst du smiten. Dann darf ich benutzen. Du kannst auch vorher smiten, aber du kannst auch erst sagen, oh, ich hab getroffen, ich smite zusätzlich. So würde ich das dann machen. Genau. Is the Sacred Weapon. Das ist deine Divine Channel Divinity. Ja. Das ist mein Ohr. Ja. Allerdings ist das eine Action. Das war jetzt die Frage. Na dann mache ich das nicht. Dann versuche ich jetzt zu treffen. Ja. Okay. Ja. Ja, ja. Treffen. Und jetzt passiert nochmal eine Entschuldigung. Sascha. Ich wollte gerade sagen, weißt du was, du hast eben gekrittelt, lass uns jetzt mal da reinholen, aber das macht keinen Unterschied, weil der Typ ist hinüber. Sascha. 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 Oh, 9 plus 5. 14. 14. Reicht aus, um einen Droiden zu treffen. Sascha. Okay. Immerhin. Okay. Irgendjemand hat... Du hast den Droiden angeschossen schonmal, ne? Mhm. Ja. Jetzt smite ich natürlich auch. Gut. Dann smite mal. 7. Du musst du beim smiten. Ich dachte, ich habe es vorhin gelesen und es war der gleiche, ja. Ist auch 1, die 8. Uh, das stimmt. 7 plus 8. Kann man mal machen. 7 plus 8 sind? 15. 15. Ganz genau. Plus... Plus... 3 sind 8. 18. Okay. Joa. Wie sieht das aus? Sascha. 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 Ich mache nicht nochmal das gleiche, weil es wäre ja schade. Das bedeutet, ich mache jetzt einen Backflip. Oh mein Gott. Okay. Wir wollen ja nicht die Kadenz sein. Genau. Ich stand ja... Hauptsache... Sascha. Ich drehe mich rückwärts zum anderen und mache genau den gleichen Landschaft. Okay. Ihr seht, wie Sascha da steht und wie ein Hund, der nach einem Ball, der hoch fliegt, springt und sich zurückdreht, zieht sie ihr nun statt mit und der kommt einmal von oben so. Und der drühe nur so. Kriegt den mitten ins Gesicht, Nasenbein zertrümmert, das Ding so leicht so... Kommt mit so... Wieder rausgezogen. Und der Typ senkt auf die Knie und kippt zur Seite weg. Der Gesang hört auf, die Runen hören auf zu pulsieren. Was hast du denn? Was ist mit den Wurzeln? Die Wurzeln ist ähm... Das schwarze breitet sich nicht weiter aus. Was saved you, he's trotzdem durchschneiden. Pfff. Kein Watt mehr hauen. Nicht in Druiden. Kann ich auf den Wolf, der ja da gefesselt ist, den Charm, also freundlich gesinnt sauber machen oder kann man es nur... Wir können ihn auch einfach befreien. Die Frage ist halt, wir reifen uns die Hunde trotzdem noch an. Was ist über dich jetzt gerade? Ist da was? Auch das rote Leuchten. Hört auf. Also die ganzen Halsbänder zerfallen. Die Hunde sind alle super irritiert. Wo sie sind. Schauen sich um. Und... Ja, so ein allgemeiner Fragenausgerät. Hä? Es ist alles gut. Euch ist nichts passiert. Nichts Schlimmeres, als hätte passieren können zumindest. Und... Wir können euch nach Hause bringen. Mhm. Ich klaufe zum Wolf und will gucken, was mit dem ist. Okay, der Wolf ist halt mit drei fetten Ranken an diesem Altar gebunden. Ich spalte ihn, also... Den Wolf! Die Ranken... Oh Gott! Ohne den Wolf. Ihr fangt an, die Ranken einzuhacken. Ja. Okay. Für den einen oder anderen dauert es ein kleines bisschen. Ja, bei mir ist... Bei dir ist... Is easy going dadurch. Und... In der Zwischenzeit gebe ich den Wolf Heilung. Ja. Second Wind. Kannst du das auf andere hinsetzen? Ja. Nein. 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 Ich bin mir nicht sicher, ob Second Wind... Weil es... Habe ich jetzt... Habe ich jetzt zwei Sachen durcheinander gebracht? Ja. Das Second Wind steht nur auf dich. Das andere wäre beinahe Short Rest gewesen. Ansonsten kann ich heilen. Achso. Egal. Weil du sagst, ich bin Heiler. Ich hack auf diese drei Ranken ein. Und... Es sind noch viele kleinere, die ihn halten. Und er stemmt sich halt so... Reißt die alle so durch. Jetzt seht ihr wirklich, wie groß sie ist. Wie das Vieh ist über drei Meter hoch. Also es überragt euch alle um Längen. Ähm... Ihr glaubt, so wisst ihr, dass das, auch wenn er weiß ist, definitiv ein Schattenwolf ist. Also eine sehr, sehr kraftvolle... Wolfsart. Ähm... Höchstwahrscheinlich Anführer oder Anführerin. Sie kommt halt langsam... Sie kommt halt von diesem Altar runter und schaut auf... Alle von euch schaut sich hinab. Mit Freundlichkeit in den Augen. Als ihr eine Stimme tief in euren Gedanken verliert. Hab Dank, meine Kleinen. Ich bin Jasmin. Die Herren des... Der Wölfe des Waldes. Ihr habt nicht nur uns gerettet. Sondern auch den ganzen Wald an sich. Die Blutweber haben sich unser Vertrauen erschlichen. Mit Lügen. Und Hass in ihren Herzen. Es war bereits zu spät. Bis wir erkannten, was sie wirklich planen. Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, ein neues Gleichgewicht. Zwischen unsereinen und den Zweibeinern zu weben. Wir werden euch nicht vergessen und unseren Jünglingen von euren Taten berichten, auf das so etwas nie wieder geschehen hat. Jasmin wendet sich von euch ab und schreitet langsam zurück in den Wald. Und jetzt kommen auch die ganzen anderen Hunde langsam auf euch zu. Immer noch ein bisschen verwirrt, aber verbeugen euch alle, sich alle vor euch und danken euch auch Hunde an. Danke, alles gut. Ich würde sagen, wir bringen sie jetzt dann nach Hause. Mach für mich einmal noch kurz einen Perception oder Investigation Check. 4, 10 plus 1 glaube ich 15. Nice. Ja, nee, das war nichts. 15. 3, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Die Glückssträger ist vorbei. 15. 18. 4. Okay, irgendwas lässt sich einfach nicht in Ruhe. Ich meine, du bist dir sicher? Du hast die zwei Droiden durchsucht? Nichts. Irgendwas muss hier doch sein. Kann ja nicht angehen. Bist ein bisschen außer dir. Verwut. Und dann fällt dir eine kleine Stelle nahe des Altars raus. Und du fängst an wie wild zu buddeln, bis deine Klauen über Metall kratzen. Du findest eine ungefähr, ja, so eine Box, wo so ein Spaghetto reinpassen könnte. Also das Original Spaghetto. Kleine Spaghetto noch da? Kleine Spaghetto ist noch da. Also so eine Spaghetto-Größe Metallbox, die du dort findest. Verschlossen. Wie verschlossen? Verschlossen. Achso, mit Schlüssel. Schlüssel. Irgendwie verschlossen. Ihr könnt jetzt einen... Ihr geht jetzt mit den Hunden zurück, und versucht alle zwischendurch diese Box irgendwie aufzubekommen. Ich denke, irgendeiner wird es den Weg entlang höchstwahrscheinlich schaffen. Hey! Spaghetto. Was für ein cooler, kleiner Spaghetto kommt der her? Doppelt hält besser. Also ist er du? Ich sag doch, ich bin außerwählt. Okay. Aber ist er du, oder... Ist er irgendwie ein Dudel? Ich im Kleinen, ja. Ah. Das ist cool. Ich weiß. Ich mach Ghetto-Faust mit dem Kleinen. Okay. Ihr findet, nachdem ihr auf dem Weg jeder mal sein Glück versucht hat, diese Schatulle irgendwie aufzubrechen, aufzubekommen... Mini-Spaghetto schafft es. Mini-Spaghetto kriecht da rein. Also, ihr findet Edelsteine im Wert von 900 Gold, zwei Halsbänke und ein Halsband der Kontrolle. Oh. Als ihr euch Flüsterholz nähert, trägt der Wind das freudige Lachen von Menschen... Was hab ich gesagt? Eins. Ein Halsband der Kontrolle. So. Und die Hunde sind... Als sie das Dorf gesehen haben, sind die alle schon vorgeprescht. Und ihr könnt jetzt das Lachen von Menschen und Bellen von Hunden vernehmen. Als ihr im Dorf ankommt, könnt ihr sehen, wie die Hunde des Dorfes mit dem Schwänzchen wedeln und freudig herumrollen, während die Kinder sie lachend umarmen und ihre Besitzer vor Freude weiden. Rina kommt mit Pumpkin und Mavicin auf euch zugerannt und singt vor euch auf die Krise, dass sie in etwa auf Augenhöhe mit jedem von euch ist. Oh, dank euch, meine Sternchen. Dank euch vielmals. Ihr habt was Wundervolles getan. Für einen Haufen Leute, die ihr nicht mal kennt. Ihr seid so gute Hunde, ich kann euch gar nicht genug danken. Tränen laufen ihr über die Wangen, als sie jedem von euch hinter den Ohren kraulen und das Kinn streicheln. Gregory und viele der anderen Dorfbewohner gesellen sich zu euch und sprechen jedem einzelnen von euch ihren Dank aus. Gregory lächelt freudig. Was hier passiert ist, hätte eine Tragödie für unser kleines Dorf bedeuten können. Wir stehen tief in eurer Schuld. Eine Schuld, die wir wirklich nie begleichen können. Die Verbindung, die wir nun mit euch haben, ist so stark wie eure Herzen selbst. Ihr werdet hier in Flüsterholz immer ein Zuhause haben. Ein gemütliches Bettchen und immer einen warmen Platz am Feuer. Gibt's auch Steaks? Für Steaks können wir in der Zukunft definitiv sorgen. Ja! Ich will mit allen einchecken. Und ihr werdet wahrscheinlich noch ein paar Tage bleiben und ihr kriegt alle euer Steaks. Ich würde noch einmal gerne zu diesem Bäcker gehen. Und du hast noch eine ausgiebige Unterhaltung mit im Bäcker, nehme ich an. Über Schokobrötchen und andere Leckereien. Schokobrötchen, die dich übrigens töten könnten. Ich weiß, aber es interessiert mich bloß. Es riecht gut. Ich hoffe, euch hat Paws gefallen. Mir persönlich hat es viel, viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ihr wart einen Haufen echt cooler Hunde. Der hat mich in der einen oder anderen Stelle überrascht. Und der Endfight hätte echt ganz anders aussehen können. Aber... Gottverdammt, haut dir einen Schaden raus. Yay! Danke! Danke! Tschüss! Wir wollten noch eine Frage klären. Du wolltest uns noch irgendwas über die Haltfände erzählen. Achso, diese... Das waren Droidenfokus. Aber mit die... Nichts, weiter. Einfach bloß. Ach, das Mysterium ist gelöst! Kein Kauspielzeug. Bis dann! Tschüss! 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 Einfach hugely Untertitelung des ZDF, 2020